hey Sandi, zockst du mit oder was? ja, Andi und Sandi und Daniel der Froschjäger Sandi, Andi und Dandy und ich bin Candy ja, Candy Shop bist du, Alter das waren doch mal Namen hier, PSN-Namen ja, ich glaub, wir müssen die mal ändern was macht Andi denn da, Pengo und Penz, Alter oh hier, Navi, Alter, ist das geil ich hab einen Navi-Navi-Schau da rein wow, 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 wow wow, feindbeschuss das ist Mietze, Alter, feindbeschuss ja, im Wasser ja, im Wasser scheiße die sind irgendwo im Wasser vor mir zwei Stücke sind gelandet einer ist tot ich muss mit ihm heilen auf der anderen Seite drüben auch außen, aufpassen ja, ich muss mit ihm heilen die Zone kommt shit, shit, shit ist hier im Boot? ja, bei uns diesen Boot, Daniel warte ja, mach das, Nelix das ist doch cool ich seh'n bei mir oh, schwimm hoch ich krieg schaden ja, los, zu Fuß, oder was jetzt? was macht ihr da? zu Fuß, ey ich will das gar nicht wissen oh mein wo bist du? wo bist du? ich hab's los scheiße scheiße was aaaaaaah 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 wo bist du? wie fährt man nochmal? aaaaaaah schläg ein schläg ein schläg ein aaaaaaah aaaaaah ich will dein Tod ich will dein Tod ich will dein Tod ich auch aaaaaah 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 oh man aaaaaaah aaaaaah oah aaaaaah aaaaaah heil dich wooo uooo heftig uooo wooo aaaaaah Banner du fährst den anderen bann auch oder Chris egal ja was jetzt? Ich bin Webfahrer du fährst hahahahahahahahahah Ja, gut, dass wir uns einig sind. Ich habe mir so einen Gangmeer gefangen. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Oh, puh, puh, so ein Maiskraut mit der Fresse. Wo fahren wir eigentlich hin? Ich fahr Daniel hinterher, ich weiß nicht. Alter, kann man rüberspringen? Mal gucken, wie ich das schaffe, Alter. Ja, Nitro. Kawabanga! Kann man gar nicht rüberspringen, Alter, scheiße. Fail. Was denn hier passiert, Alter? Ach so, warte, Moment. Warte, Daniel. Warte. Und jetzt. Warte. Warte, warte, warte. So, Moment, da kann ich sein, kurz weg. Geh zurück. 1, 2, 3. Nein! Nein, ist doch nicht! Check mal kurz leise, hier ist doch sehr, Alter. 1, 2, 3 Ja, Mann! Als Hauptsache, es war ein Hühnchen hier, Mann. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Ich höre einen Quad. Oder ein Auto? Irgendwas? Gibt es noch ein Auto? Oh nein! Ich habe ihn! Was? Ich höre einen Quad. Oder ein Auto? Irgendwas? Gibt es noch ein Auto? Oh nein! Hier ist... Oh nein! Hab ihn! Was? Das Quad ist weitergerollt von aufs andere Rad. Ich höre jetzt! Ohne Witz, ohne Witz. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich hätte dich getötet. Ich habe mir gerade... Ich habe mir gerade das Traum reingeholt, Alter. Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr, Alter. Oh mein Gott, nee! Das gibt es doch nicht, ey! Ja, Gündi, Daniel, ne? Ne, wieso ist doch gar nicht deins? Das ist von dem Typen. Oh Mann! Oh Mann, ey! 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 Pferde mich rum, Alter! Und dann liege ich... Oh, dieser scheiß Quad rollt über mich drüber! Oh Mann, ey! Oh Mann! Ich habe ihn abgeschossen, das Quad ist geradeaus weitergefahren, Alter! Oh Mann, doch nicht nur mich, dass er hier die Leute überfährt, der Eimer. Oh Mann! Oh Mann! Ich hab sie nicht überfahren, das war der Typ! Oh, ist das geil, ey! Ja, ich habe den abgeschossen... Ich habe den abgeschossen, Alter! Und das Quad rollt rät ins andere Rad, Alter! Ich kann ihn... Scheiße! Das hätt jetzt nicht drauf gehört, ne. Oh, ne. Was machst du, willst du im Auto reinfahren, oder? MacDrive und so. Herzlich willkommen bei Knochen. Sie Umstände, bitte. Letztens ist meine Schwester beim Edeka, äh, beim Ausparken fast direkt ins Edeka reingefangen. Warte mal. Chris, geh nochmal in die Fenster. Komm her. Einmal Pommes rot-weiß und zweieinhalb der Hand, bitte. Ja, aber ruhig. Warte, Robert. Bittesehr. Okay, ich esse dann mal. Ach du Scheiße, die sind so bescheuert. Oh, warte mal, ich muss noch hier... Bestätige. Ich muss noch, ich muss noch ein bisschen eine Prise Salz hier anmachen. Oh, mein Gott. Ja, Mann, du hast es, du hast es. Ehrlich. Dafür, dafür kriegen sie das hier. Ja, geh mal her, geh mal her. Bitteschön. Oh, Scheiße. Oh, das war gerade ein Sitcom. Ehrlich. Fahren wir denn jetzt hin? Weiß ich nicht, du fährst. Ich muss auch mich einmal heilen, ey. Boah, Alter. So, wo du fährst, kann ich gar nicht gucken, wo wir hin müssen. Fährst du in die Regengarage? Läuft. Ja, Mann. So, Tür zu. Sind wir hier bei Pimper White, ey. Oh, hier rechts neben mir ist auch einer. Scheiße. Fass auf, Chris! Machst du das jetzt, oder was? Ja, ich hab mein Gott uns aufgeschwissen gemacht! Da ist irgendwo einer, aufpassen. Ja, ja. Hab ich mir noch gesehen. Boah, wo kam die Schüsse jetzt? Oh, hier kommt die Rernate, hier kommt die Rernate. Oh, das war so hoch, Alter. Boah, das war so hoch, Alter. Ich geh ins andere Haus, tschüss. Oh, ja, ich hab mich gesehen. Scheiße. Oh, da kommt eine ganze Horde, kommt der, Alter. Gegenüber am Haus, ist da ein oder viermal drin? Am, am Haus. Na, Zeit. Chris, mal diesen Fall. Pass auf, die sind hier! Ich weiß. Gegenüber am Haus. Oh, 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 scheiße, wieso? Wieso kriegt der mich down, Alter? Wieso kriegt der mich down, Alter? Die laufen alle mir vorbei, aber von der Seite schießen sie mich kaputt, Alter. Und dann jetzt steht... Das ist nicht, Alter. Woah, was ist das denn? Mama! Chris, was ist mit dir passiert? Was? In... Ja! Ich hasse Blackout. Bin ich irgendwie Spider-Man oder wo? Was ist das? Spider-Man! Guck mal nach rechts, Daniel, was ist das? Warte, warte, ich muss mich um eine Kasselung erinnern. Das stimmt mir hier nicht. Oh, ich bin weg. Ich bin gar ne Straße an nem Schild, aber... Ich bin weg. Also, ich seh dich damit. Nee, bei mir back ich... Guck mal an die Decke, Daniel! Bei mir bist du immer noch da. Nee, guck mal im Stream. Bei mir häng ich da oben in der Ecke. Wie bei, ähm... Mit Rutsch! Der Fluch! 3... 2... 1... Nee, irgendwie nicht. Warte mal. Warte mal. 3... 2... 1... Jetzt! Hahaha! 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 Backstreet Boys! Ja, oder was? Hahaha! Was macht Sandra eigentlich da die ganze Zeit? Hahaha! 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 D Po... Ahhhh! 2... Ahhhh! 2. Ahhhh! Tupi Camade... Dope Camade... Tupi Camade... Ahhhh!! professionalsとか... Untertitelung des ZDF, 2020